Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Madre Immobilien. Ich bin Jörg, Gründer und Inhaber von Madre Immobilien und ich stehe für euch heute auf dem Balkon an einer interessanten 3-Zimmer-Wohnung in der Löwenberger Straße in Nürnberg-Altenfurt. Die kann man provisionsfrei kaufen. Bleibt dran, erfahrt mehr. Willkommen zurück, ich bin jetzt hier im Wohnzimmer, hinter mir schon das Fenster, eine schöne Aussicht auf den Sportplatz hier in Altenfurt. Da sieht man schon Kunststofffenster mit Außenrollos. Außenrollos sind alle elektrisch. Was gibt es zur Wohnung zu sagen? Das Wichtigste ist, die Wohnung ist renovierungsbedürftig, es hat eine ältere Dame hier gewohnt und dementsprechend wurde natürlich über Jahre nichts mehr renoviert. Das heißt, mein Empfinden, Teppichboden raus, neuer Bodenbelag rein, Wände natürlich neu streichen. Solche Geschichten müssen hier schon gemacht werden. Wir haben drei Zimmer, wir haben ca. 75 Quadratmeter Wohnfläche. Bad, WC ist hier in der Wohnung getrennt, es ist ein Duschbad. Abstellkammer ist auch in der Wohnung, Kellerabteil ist natürlich, ist selbstverständlich. Es ist eine Garage mit dabei, die ist inklusive, die ist im Kaufpreis schon enthalten. Es ist eine richtige Einzelgarage. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir sind im ersten Obergeschoss, Aufzug wäre auch da. Wir haben insgesamt vier Etagen. Beheizt wird die Wohnung mit einer Ölzentralheizung, die in den Nebenkosten enthalten ist. Es ist eine gute Hausverwaltung da. Das Haus ist so weit alles im Schiff. Es gibt keinen Reparaturstau am Gemeinschaftseigentum. Also es stehen auch keinerlei Sonderumlagen an oder größere Reparaturen. Da gibt es gar nichts. Aber das könnt ihr dann alles in den Eigentümerprotokollen nachlesen. Die bekommt ihr natürlich. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen eure Neugierde geweckt habe, klingt einfach mal aufs Exposé unten. Schaut euch die Wohnung an, da sind dann die ganzen Bilder dabei. Kommt zu einer Besichtigung. Wohnung ist provisionsfrei. Das ist auch immer ganz angenehm. Ja, ansonsten, das Wichtigste habe ich euch mitgeteilt, vielleicht noch zwei Sätze. Nürnberg-Altenfurt, tolle Wohngegend. Man ist relativ schnell, in keine zehn Minuten, ist man im Frankensender. Öffentliche Verkehrsmittel sind da. Man ist gleich in der Innenstadt in Nürnberg. Man ist auf der Autobahn schnell. Also eine sehr tolle, sehr bevorzugte Wohngegend Nürnberg-Altenfurt. Die Nürnberger wissen das natürlich. Ja, ansonsten, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich würde mich freuen, euch bei der Besichtigung begrüßen zu dürfen. Und dann vielleicht bis bald. Ciao.